We are no turn away now We are the warriors that build this town Das weißt du doch, wir wissen die Zeiten nie Nö, nö, wir wissen die Zeiten sowieso nie Das ist nicht unser Ding Ihr seht das, ihr habt es gerade schon vor vorne so ein bisschen gesehen Der findet übrigens auch da da Der kann auch mal losagen Ich sag mal Sophie, eine Woche Eine Woche? Guten Tag Okay HeartEater benannt nach dem Lied von Emil Wulz namens HeartEater was verdammt geil ist und ich finde keine Ahnung, das ist cool Das war nämlich das 300 Abos Special Falls ihr es noch nicht erkannt habt Hier ist nämlich eine 300 und ein Sub drauf Wie nennt man das? Das ist Sub, das steht für Bässe Ja, 300 Sub, genau Das ist aber eine ziemlich tiefe Frequenz Ja, 300 Naja, was heißt ziemlich tief? Also da kommen wir auf einen Geburtstag tiefer Wir gehen auf die 50 jetzt Definitiv, wir gehen auf die 20 So, was sehen wir von außen? Wir sehen hier vier Scheinwerfer Und ganz kurz als Vormerkung Das ist ein 35er Wargear Regelkonform Und Hat Ist ein Styler Wargear Sag ich jetzt mal so ganz vorsichtig Weil die Kanonen sind relativ schlecht Ja Außer die Artis Die sind ganz gut Die haben nämlich original 10 Blöcke Panzer rum Hust Und was habe ich gesagt? Keine Ahnung Also ihr dürft diese Kanonen Das ist ein Scheinwerfer, ja Ja, das ist ein Scheinwerfer, genau Dann habt ihr hier 340er Stichkanonen Mit zwei Alarmen jeweils Und hier so einen Sichtshot Damit man hier super rauskorneln kann Und dann haben wir noch vier Höhenstreus Und das war's Ich würde sagen, wir gehen rein Hab ich schon Du musst von außen noch das WGT-Zeichen zeigen Wenn man das noch nicht gesehen hat Genau, wenn man das noch nicht gesehen hat Fällt überhaupt nicht auf WGT Ja Genau Ich würde sagen, wir gehen rein Schauen wir Ja, du gehst ins falsche Wargear, Malte Wir müssen hier rein Ach ja, scheiße, stimmt ja Mann, ey, so ein Mist Komm, genau Da kommt ein alter Robloch hin Kacke Ich habe den Testblock zergrieved Alter So Ja, es tut mir leid Okay René Geh rein Geh rein Geh rein, Alter Okay Lass uns nicht kaputt machen Ist gut Es schwebt komplett Das könnt ihr hier sehen Also bis auf die Räder schwebt hier alles Und Ja Dieses hier Das funktioniert gleich Mit zwei Buttons Ganz traumhaft Und hier mit einem Shot Was man auch von innen schließen kann Auf der rechten Seite auch nochmal Warum ist das so ein Shot? Das ist einfach Ganz normale Tür Ja, meine ich doch Ja Okay Gut, äh, in die Brücke gehen wir noch nicht Wir schauen uns erstmal den Rest an Nicht die Brücke, Malte Das ist Popcorn Maschine Achso Na gut Dann hättest du das mal Vorher gesagt Ja, ne? Ich hätte eine völlig andere Vorstellung Guck mal Vielleicht, weil ich das Licht da machen soll Ja Mach das mal So Licht Das war jetzt Flur unten, ne? Ähm, geh nochmal nach draußen Ja Dann machen wir direkt den Scheinwerfer check Okay Genau Scheinwerfer Scheinwerfer sind an Äh, ja Und aus Warte mal, ich mach mal eben Slash time set Null Gern anscheinwerfer Ja Scheiße Ich hab beim Verkabeln gefällt Das ist nämlich jetzt die Unterbodenbeleuchtung Weil wir hier noch Platz drin hatten Also haben wir einfach mal eine Unterbodenbeleuchtung reingehauen Ähm Moment mal Fehlt da Glas? Hier fehlt eiskalt Glas Okay Hier fehlt Glas Okay, das ist Du hast beim Verkabeln gefällt? Egal Ich hab beim Verkabeln gefällt, weil ein Teil der Scheinwerfer angeht Wenn die Unterbodenbeleuchtung an ist Oh Das ist Das sind die Augen Ja, das sind die Augen, genau Die gehen mit der Unterbodenbeleuchtung an Genau Ey, das könnte echt ein Gesicht sein, ne? Wenn man mal so den oberen Teil abschneidet Stimmt Stimmt Das sind die Augenbrauen Das ist die Stirn Das ist die Nase Göttlich Ey, Hammer Hammer Okay, der Maus Dann kannst du gleich mal den Slumwerfer, würde ich sagen, anmachen Die gehören nämlich auch so ein bisschen zum Optischen Außen Bist du sicher? Ja Okay Dann brennt zwei der Testblock ab, aber das ist ja egal Hast du wieder ausgemacht, ne? Äh, warte mal, mach mal nochmal an Ich glaub, die sind gar nicht beladen Die sind Sind die nicht beladen? Mach mal an Ja, warte, muss ich wieder reingehen? Ja Ich glaub, wenn ich da nicht, dass ich noch einen Schalter drücken muss Ah, die sind nicht beladen, ne Ich, ich Aber die schießen Ihr hört, ihr hört, dass die schießen Das sind diese hier Warte, guck, ich tue jetzt mal hier so Flammenkugeln Eine Flammenkugeln Eine Kugel Eine Kugel Und jetzt brennt der ganze Testblock ab Scheiße Sollen wir das löschen? Ne, wir lassen es brennen Nein, ist egal Wir sind cool, wir lassen es brennen So Wir sind nett Genau, wir wollten hier reingehen Und dann gehen wir mal hier rechts oder links Ist völlig egal Hier hat man eine schöne Beleuchtung Und ab hier hört dann auch schon die schöne Beleuchtung auf Ähm Gut, hier haben wir direkt Beschilderung Artis nach links Stichs nach rechts oder links Ist das überhaupt richtig? Ja Nein Na klar Hier sind ja auch Stichs Artis Aber die Artis sind nach rechts rum kürzer Egal 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 Scheiß drauf Brückeausgang Brückeausgang Hier nochmal alles so ein bisschen beschildert Hier kommen wir dann direkt zu den 40er Stichkanonen Das ist nämlich schon die 40er V6 Das ist unsere sechste 40er, die wir gebaut haben Das ist echt geil Ähm Gut Geändert hat sich Was hat sich verändert? Nichts? Ne, nicht wirklich Die ist extra so eingestellt, dass sie keinen Durchschuss macht Äh Hier haben wir Den Alarm für unten Für unten den Schaden auf der gesamten Fläche Und hier für oben den Schaden auf der gesamten Fläche 40er Stich Ein Tick Ihr kennt die schon fast Das ist eigentlich kein Wunder mehr Ich habe glaube ich schon zwei Downloads von der bekommen Hier nochmal eine TNT-Tour neben Könnte gut sein Ja Und dann haben wir hier unten das Delay Schön verstellbar Für einen fetten 40er Sprengkopf Das ist immer nice Ja, die Kanone hier haben wir dreimal So Und es ist mir eben auch schon den Fight aufgefallen Den ihr schon gesehen habt In der Serveröffnung Ankündigung Ich habe hier den Hebel vergessen Den müsst ihr einfach nachbauen Ihr habt den im Inventar Also Ich möchte jetzt dadurch Jetzt nicht noch eine neue Schmettung machen Gut Dann Höhenstreus rechts Und da hinten sind die Höhenstreus links Gehen wir einfach mal rein Hier ist ein Fallschacht Dann sind wir hier bei den Höhenstreus Das sind ganz einfache Sechsbreite Höhenstreus Es gibt auch vier Breite Wir haben jetzt sechs Breite Ist so Äh Ja gut Haben ein großes Shot Sieht so aus wie Stichlobs Sind sie aber nicht Da faked man so ein bisschen Ja gut Ist jetzt überhaupt nichts besonderes Also die kommen auch irgendwann durch Aber Ja Es sind gute Höhenstreus Würde ich jetzt einfach mal so behaupten Ja Jetzt gehen wir noch zu den Artis Mhm Sind Ganz normale Artis 24er 24er Artis Ja Höbel Höbelknopf Höbel und Knopf Sind so vierte 24er Und Und das Wasser kommt Äh Wie von uns gewohnt von oben Genau Wie von uns gewohnt von oben Ich hab grad irgendwie FPS Ja guck Da kommt Wasser raus Da kommt Water raus So Und dann machen kaputt TNT Mhm Und die haben auch sehr Langes Delay Und relativ viel Also ich muss schaden Für Public Artis Schon relativ viel Panzerung Auf dem Dach Ja Ja Dann hat man Du musst ihn jetzt nicht übertreiben Nee Dann hat man hier Eine große Leiter Nach oben Dann hat man hier Eine nette Treppe Nach oben Denn wie wir alle wissen Ist eine Treppe schneller Als Leiter Ähm Außerdem rechnet der Gegner Eher weniger damit Dass man sich hier Irgendwie ein bisschen Dass man hier ein bisschen Tiefer sitzt Egal Ja Dann haben wir das gleiche Auch nochmal hier Also beziehungsweise Die Leiter Mit einem Schnellfalltunnel Und drei Leitern Malte Das sind zwei Leiter Und eine Treppe Drei Ja Stimmt Eine Dreierleiter Stimmt Stimmt Das war's jetzt auch schon Von dem Oh es hat aufgehört Zu brennen Ich glaub's ja nicht Aber das hat mich Jetzt ganz enttäuscht Das Feuer Brauchen mehr Feuer Ich würde sagen Wir gehen in die Brücke rein Bevor Bevor jetzt bitte alle So rumflamen Wie Finn oder Nico Äh Wir haben in diesem Wargier 24 Schadensensoren verbaut 12 Kanonen A 2 Schadensensoren Nein stimmt gar nicht Äh 11 Kanonen Ich weiß es nicht Ach egal Wir haben auf jeden Fall 24 Schadensensoren Hier drin So sieht die Brücke aus In dem klassischen Äh WGT Logo Wie Äh Wie Was labere ich René es mal designt hat Äh Finde ich echt geil eigentlich Klung Also Genau Wir können das nicht hier ausmachen Genau Brückenlicht Auch eine schöne animale Ihr habt dann halt eben noch Wie das Licht an Hier ist so die Lichter Äh Lichter Ecke Lichtflur oben an aus Lichtflur unten an aus Scheinwerfer an aus Unterbodenbeleuchtung an aus Ganz easy Machen wir einfach mal das an Weil wir keine Energie sparen wollen Genau Doch wir sind Energiesparer Malte Echt Egal Wir können die Brücke von hier aus Abschauen Aber Du musst gucken Ja genau Dann schließt sich das Muster Einfaches Einfaches Ganz einfaches Shot Auch Genau Er hat mehr so Optikgründe Optisch Schöner aus Ja genau Genau Wir können hier dann Eingang abschotten Und ist unten der Eingang Ja der ist dann nicht dicht Sondern Sondern nur eingefahren Ne der ist dann einfach nur von außen nicht mehr benutzbar Ja eingefahren Ja Also von innen kann man den noch verändern Den Zustand Ups sorry Oh Ist nicht eingefahren Ja Egal Und natürlich kann man hier den Zustand des Haupttores ändern Äh des Eingangs ändern Genau so meinte ich Ja Und Eingang abschotten Genau Oben haben wir die Flammenwerfer Die haben wir eben schon gesehen Und Den Arti Malte kann man rausgehen Dann machen wir den Malte Den Malte Schutz Den Malte Schutz Den Arti Schutz an So Ja Kann es anmachen Ui Einlicher Arti Schutz Wie im V9 Nur dass der ein wenig Kleiner ist Und Ein einfacher Einer Arti Schutz Das ist jetzt Wir haben es einfach reingebaut Weil es macht Sinn Schon Also es ist jetzt keine Platzverschwendung gewesen Außerdem hatten wir den Platz Und Ja Es sieht zudem auch noch relativ nice aus Ja Okay Machen wir weiter So Dann kommen wir zu den gesamten Schadensensoren Machen wir Erstmal Nein Wir gucken erst hier Okay Alarm stumm schalten Das ist wenn ein schwerer Alarm aktiviert wurde Kann man den hier stumm schalten Äh Hier wird schwerer Alarm registriert Dann blinkt diese Lampe Und es gibt einen Ton Den könnt Das könnt ihr natürlich damit ausschalten Logisch Und Notausgang öffnen Schließen Dazu kommen wir gleich noch Das ist eine sinnlose Aber lustige Funktion Dann haben wir hier den leichten Schaden Und das ist Ähm Ja Gespiegelt Zu dem hier Also das hier ist einmal Oben rechts Also da Das hier ist Mitte rechts Also ungefähr da Ähm Egal Achtet einfach darauf Was hier drauf steht Ihr dürft nicht ungefähr Also ihr dürft jetzt nicht achten Wenn diese Lampe hier aktiviert ist Ähm Dann Ja wie soll ich das sagen Egal Ihr wisst was ich meine Achtet einfach drauf Was hier drauf steht So Und äh Ja Das System ist relativ easy Das sehen wir auch gleich nochmal Und Genau Das sind übrigens alles die Kanonenschadensensoren Die werden halt immer an der richtigen Stelle abgegriffen Wo der leichte Schaden Jetzt zeigen wir noch etwas Das nicht unbedingt nötig ist Weil ihr müsst im Fight Ganz bestimmt nicht die Schadensensoren Resetten Und sonstigen Kram Damit machen Deswegen ist es einfach nur so ein Optisches Feature Ja Einfach nur so zum Geil sein So Genau Wartungscenter öffnen Schließen Das hier ist richtig cool eigentlich Also Das zeigen wir gleich Das zeigen wir gleich nochmal genau Genau Dann kommt man hier rein Äh Hier Das ist mein René mit dem ganzen Resetten hier Da könnt ihr einmal die Redstone-Blöcke austauschen Hier die werden einfach davor geschoben Dann sind die aktiviert Ähm Ja Dann Kommen wir hier zum Äh Ausgang Ja Ausgang Den kann ich dir gerade mal öffnen Du kannst auch noch gerade die andere Seite zeigen Ja Dann zeige ich dir mal Die andere Seite Das ist genau das gleiche Ja Ja Traumhaft Ist es offen? Ne Okay Kannst auch mal Geil Fantastisch Also Genau Ich konnte dann halt nicht mehr rein Ne Das ist relativ unnötig Lautsprecher Okay Und Mr. Kuiper Kopf Für seine motivierenden Worte und Gesten Mit dem Emris Weil die hinter Das sagt Genau Wenn ihr jetzt Hier raus wollt Dann wollte ich mal gerade zeigen Müsst ihr reingehen Und auf den Knopf drücken Drückt ihr hier auf den Hebel Stellt euch hier auf den roten Block drauf Drückt auf den Hebel Wenn euer Teampartner so nett war und euch eingesperrt hat Das kannst du mal machen Dann habt ihr natürlich noch diesen Knopf Da drückt ihr drauf Geht auf den roten Block und dann werdet ihr hoch Also kann euch euer Teammate nicht mehr einsperren Ne Kann er nicht Wird er nicht Ist böse Außer er baut natürlich den Block auf Äh den Ihr wisst schon Den Knopf Aber den habt ihr ja auch im Inventer Ja Wie funktioniert das ganz easy eigentlich Hier kommt ein Hier fährt ein Piston aus Der macht das hier dicht Dass das so aussieht Dann kommt von hier unten Ein Piston der Wird hier rausgefahren Und drückt sich nach oben Und Dann gibt es hier noch Einen Zusatzpisten Der fährt euch nach oben Moment Das habe ich jetzt gerade zergrieft Äh Der fährt euch nach oben Damit dieser Piston hier Euch auf den hier schon vorhandenen Block schieben kann Auf den hier Und dann drückt der euch nach oben Also es ist im Endeffekt Echt nichts besonderes Muss ich sagen Aber es hat super geil reinpasst Also Man sieht es nicht Man sieht es ganz leicht Du kannst auch bestimmt Zeitlogo machen Den nimmst doch Ja warte mal Ich nehme 60F aus Mach Jetzt noch mal Du musst stehen bleiben Ja Werden wir sehen Okay Ja Gut Ey das war es schon wieder Ich glaube es ja nicht Ey das Wir waren viel zu schnell Ey ich glaube es ja nicht Hallo und Herzlich willkommen Zurück nach diesem kleinen Cut Äh was Was Ich bin auch da Ja Ja Hallo Okay Ja wir machen jetzt einen kleinen Kanonenpest Und Zeigen euch erstmal Hier diese Fantastischen Höhenstreus Genau Genau Das sind wie gesagt Keine besonders guten Doch Die sind besonders gut Malte Die sind besonders gut Die besten Höhenstreus Die ihr überhaupt auf den Markt bekommen könnt Ich habe sie schon abgeschossen Okay So ihr seht Die machen was sie sollen Sie machen irgendwann auf der Genau So Mitte Mitte machen sie Äh Irgendwann Durchschuss Es ist Schnell zu beladen Ich kann es auch nochmal zeigen Wie man die belädt Nein Ich schieße gerade Okay 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 Ja der Tische Schaden liegt so bei 1, 2, 3, 4 5 Blöcken mit Wolle 5 Blöcken mit Wolle Alles klar Das ist ja Für den ersten Schuss Nicht schlecht Ja Genau Für so wenn ich projektiere Jetzt Wo gehen wir hin? Was wird so Äh Jetzt die Ja die Stichkanonen Die Mach mal die Die Artis Die Artis machen wir wieder mit Knopf und Hebel Ich weiß nicht wie die gerade abgestimmt sind Bitte? Weiß ich auch nicht Mal sehen Hau den ersten mit Hebel raus Dann sind wir safe Dass sie aufs Dach kommen Bin mir dann nicht so sicher Oder auch? Äh 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 falsche Seite Ups Ja sie haben hier getroffen Ich hab wirklich Sorry Leute ich hab's gar nicht gesehen Weil ich mir Egal Äh Mach die nächste auch mit Knopf Okay Um auszuschließen Dass der Knopf schuld war Ja Ja Mit was hast du jetzt geschossen? Mit Knopf Okay Also es ist nicht der Knopf schuld Ne Jetzt schieß ich mir mit Hebel Schließt der mit Hebel Haut da raus Haut da raus Boom Boom Okay alles klar Ja Äh Ja gut Wir schießen da würde ich sagen nochmal mit Eine Schieß mal mit der Ja Die haben jetzt Äh Hier sechs Projektil Äh sechs Treibladungen 24 Projektile Ja Viel delay Ungefähr neun Follow-Repeater Leute es sieht Ernsthaft an der Kanone Ja ist Das tolle ist jetzt für euch Die kommt tatsächlich dann komplett durch Weil Die fängt jetzt so weit vorne an Sich runter zu bohren Dass sie mit der Zeit Durchkommen Genau Was hast du getan? Äh ich hab gar nicht getan Ah Ich wollte das nicht Was war da noch voll? Ach die Stich Ihr seht Der Schaden funktioniert So Leute Und da sind wir wieder Genau Wir haben jetzt die Stichkanonen Beladen Da ist ein wenig Was schief gegangen Und ich würde sagen Der René Zieht mal die Hebel Und Reißt an den Knöpfen Ach sorry Genau Hau rein An welchen Knöpfen Das ist nicht scheiße Genau Deswegen ja Yo Nächster Ja Die Aktie Ich glaube ich hoch Da habe ich was gesehen Und? Nö Okay Nochmal zur Info Das sind 40er Stichkanonen Die machen extra keinen Durchschuss Damit man noch einen ordentlichen Sprengkopf reinhauen kann Was wir natürlich auch machen werden Jawohl Der war eher schlechter der Schuss oder? Es geht eigentlich War gut Da stehen noch 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke Da steht keine Kanone mehr Sag ich ganz frech Okay Dann beladen wir die direkt Und dann könnt ihr das auch mal sehen Weil Ihr müsst ja auch so ein bisschen leiden Ne? Nein Spaß Nein Spaß Nein Spaß Leute Äh Aber Ihr wollt natürlich auch sehen Wie wir diese Kanonen beladen Äh Wir fangen Wir machen das einfach mit der Mittlerin Das wollen die nicht sehen Wollen die nicht? Doch Werden sie jetzt aber Ähm Okay Gut dann habt ihr hier eine kleine Infolampe Wenn die Kanone einmal aktiviert wurde Das heißt ihr könnt dann den Sprengkopf reinhauen Äh Ja Ist einfach diese Lampe die aktiv ist da oben Genau Ist das was besonderes So beladen tut ihr die Folgen der Barstelle Komm alle schneller als ich Oh mein Gott Ja weil ich schon gefällt habe Alter das war grad mega Ich hab grad echt gemocht Ich hab so übelst gefällt Bei dem 3 Äh bei dem Projektieren Äh Ja also so wie ich sie gerade beladen hab Das äh So genau Wir sehen so belädt man die Genau Delay ganz hoch schrauben Und das ist nämlich Okay Mit einem Repeater Ja wir schrauben Der hat bestimmt Schrauben In der Realität hat ein Repeater bestimmt Schrauben Ja So Ich bin vorne und du kannst abdrücken Geh ins Loch Ich bin im Loch Geh zurück wo du herkommst Yo Und nach rechts der Sprengkopf Ins andere Stichloch rein Heißt wenn wir das jetzt einmal mit jeder Kanone machen Ähm Am besten belädst du mal die linke und ich belad die rechte Ähm Jo Dann seht ihr wie ich Eine solche Kanone immer belade Auf jeden Fall nicht gut Ne Das ist auf gar keinen Fall Ich hab schon gefehlt Das ist doch Nicht feierbar Nicht feierbar So Ich hab jetzt einmal im Video die Zeit gestoppt Das kann man nämlich glaube ich bei Äh Das kann man glaube ich da rein Ja Ich mach da so eine Stoppuhr rein Dann seht ihr wie lange die ich beladen hab Ich weiß es jetzt nicht genau Keine Ahnung Ich bin hier drinnen fertig Und du? Ja da ist er Zack bumm Okay wir Ich Ich Muss das die Reihe noch hochstellen Hab ich schon Bei mir nicht Achso Ne hab ich nicht Dann feuert deine Kanone mal ab Ich schieße Ja Ich rocke Jo Und Alter Die hat nach links unten gestochen Das ist aber Alter okay Krasser Scheiß Okay jetzt die andere Kanone Boah Ich hab mich erschrocken So ne Scheiße ey Und die sticht noch ein bisschen nach links Und nach rechts hier durch Also Äh Jetzt nichts Ja so besonderes Aber hier steht kein Wargir mehr Das darf man doch sagen Also hier steht keine Kanone mehr Das kann man ja sagen Ähm Ansonsten warst du es auch schon Vom Beschusstest Wir machen jetzt einmal Die Grafik Hallo der User Der gerade geklappt hat Hallo wir sind gerade in der Aufnahme Ich wollte es nicht mehr sagen Oh guten Tag Ja Replace Null zu Globstone Lasst mich raten V10 Let's show V10 V10 ja Hm komm ich Kann das sein Kann das sein Nee Nix nix Die kommen durchaus bis zum Boden Heißt Äh Über den Artis Äh Über den Stichkanonen ist auch alles abgedeckt Und die Höhenstreus Die kommen hier durch Und hier Heißt Im Endeffekt ist so gut wie alles abgedeckt Außer was man Durchaus bestreiten kann Ist die Mitte hier Die ist nämlich Außer bis auf die Stichwanone Kaum abgedeckt Das heißt hier könnten Kanonen sein Aber irgendwo muss ja auch die Brücke sein Ne Ja Genau So Und jetzt zeigen wir noch einmal Die Brücke mit den unnötigen Schadensensoren Bitte Die Brücke mit den unnötigen Schadensensoren Ja genau Das ist zum Beispiel einer von denen Der auf der Tanks Toolliste steht Ich weiß auch nicht warum Jetzt werden wir mal folgendes machen Jetzt äh Werden wir einfach mal eine Stichkanone explodieren lassen Und zwar die hier oben rechts Die äh Ja keine Ahnung Da ist jetzt so ein klassischer Beladefehler Da oben ist einfach mal so eine Wetzel und Fackel aktiv Genau Und ich belade Gerade und Nebendran die andere Stiche und so Unter Zuflagerweiß ist kein Wasser an der Kanone So ich belade schön die Kanone So ich kürze das Ganze jetzt ab Indem ich einfach direkt die Treibladung hier belade So und oh scheiße Da explodiert ja was Ich renne ganz schnell weg So Jetzt haben wir mal eine klassische Fight Simulation Und Die Kanone steht noch Ich wette Arena war nicht geöffnet Doch doch Ich meine jetzt die Kanone Die René gerade beladen hat Okay die war jetzt nicht komplett voll Aber Wasser wurde resettet Ja oder wird resettet Ja Wasser wird resettet Der Alarm Schwerer Alarm wurde getroffen Natürlich Ja und es ist einiges jetzt kaputt gegangen Weil hier drunter die zentrale Brückentechnik war Das heißt es ist glaube ich ein bisschen mehr was eigentlich Genau Dann seht ihr jetzt auch schon diesen tollen Äh Ja ihr seht den noch nicht Weil ich zu dumm bin Hört ihn Hört ihn Hört ihn Ja man hört ihn genau Man hört ihn wie war Ja Dumm Was ist das Wurfall in der Namen Ihr könnt es in der Beschreibung erraten Wer gewinnt Äh der In den Kommentaren Genau Wer gewinnt der bekommt einen Keks So Genau Jetzt haben wir hier natürlich ganz viele schwere Schäden Äh Schäden 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 Lies mir mal bitte vor Und ich sag dir dann ob das stimmt Die schweren Schäden Oben rechts Oben rechts Ja durchaus Da ist wohl irgendwas Ja Mitte rechts Mitte rechts Das ist dann hier ja Durchaus Und Oben Mitte rechts Oben Mitte rechts Das wäre dann hier Okay Das ist natürlich jetzt das Problem Mitte links Mitte links auch noch Mitte links das ist dann der Leichter Schaden Oben Mitte rechts Ja halt Brauchst du nicht mal vorlesen Äh das ist jetzt im Endeffekt das was hier durchgeflossen ist An Leitung Weil das hier ist grad Brückentechnik hier und so Deswegen Mute ich mal den Alarm Weil der mir auf den Sack geht Muten Ja So Okay Leute die Mute Funktion ist kaputt Die Leitung ist abgetrennt Stimmt Stimmt Scheiße ey Oh mein Gott Lustig Ich hab's einfach gemutet so Ähm Gemutet in dem Sinne Indem ich's kaputt gemacht hab Äh ihr habt gesehen das ist jetzt äh sehr Äh sehr unpräzise gewesen Weil das halt so nah an der Brücke dran war Ich kann aber mal eben eine Artie hochjagen Ähm Da sollte man dann etwas präzisere äh Ergebnisse bekommen Oder ich hab ne viel bessere Idee Wir benutzen Wolltadet Und jetzt war ne Idee Eine gute Idee Ne kein Wolltadet Das ist nicht gut Das gibt nur Wachs Ach das stimmt auch gar nicht Doch Malte hör auf damit Achso ich dachte du würdest das Buggi abschneiden Nein Yay Woo Sonst hast du es gebracht Du hättest ja event schon hier oben was machen müssen Wieso Warte Du kannst ja mal hier oben ein bisschen was explodieren lassen Ich geh in die Brücke und schau ob irgendwas passiert Ne du musst draußen stehen Ne Doch das bleibt man draußen stehen Ich bleib draußen stehen Warte ich stehe jetzt draußen Oh Junge Ah das ist die Chaoskanone Ja genau Das war ja Da war ja was Es sieht Ich muss sagen Es sieht schon echt episch aus Also es ist Äh Nicht schlecht So Leute Jetzt haben wir genug Crap gemacht Jetzt schauen wir uns nochmal ganz kurz das Ergebnis an Ob sich unten irgendwas verändert hat Also ich bezweifle das ja ehrlich gesagt Äh Ein leichter Schadenssaison ist in Zukunft Ich glaube Mitte rechts war das Und Ein schwerer nicht mehr Weil der auch nichts schweres beschädigt wurde Gut Wie und Ein schwerer auch noch Ein schwerer nicht Ne ne Schwere wurden gar keine mehr Warte Vier Stück waren das Ja warte Ah René ist glaube ich René macht sehr Spaß Etwas hoch zu jagen Das ist äh Wenn man's kann Ey ja gut Jetzt wurde hier die Brücke zerstört Ich mein Ja es kam ein neuer schwerer Schaden dazu Glaub ich Oder nicht Ja einer der war unten Und die oben Ist der auch auf der rechten Seite So Leute Ich glaube wir haben genug Scheiß für heute gemacht Und äh Ich würd sagen Das war's für heute Du machst die Abmoderation Abmoderation ja Ja wenn euch das Video gefallen hat Ähm Ja macht was ihr immer machen wollt Oder machen Ja Lasst einfach ein Like da Oder kommentiert Schreibt uns rein Was euch äh Was ihr für Ideen Von Morgens habt Was wir machen sollen Und dann Und denkt dran Erratet was das für ein schöner Song ist Der da beim Warnsignal abgespielt wird Sehr richtig Und dann sehen wir uns In einem anderen Video wieder Ciao Ciao